Hallo und Willkommen zurück bei oder in eine Dina aus Wunderland, mitten im Schießerei und Peng Puffs Pengi. Ja, alles Gute kommt von oben. Achso, das warst du. Oh. Oh, scheiße, da hinten kümsepferd ist. Das ist viel Lücken. Gut denn. Alte Jäger, Weisheit. Wir teilen nicht die Munition auf. Das sieht auch schon des besser aus. Ach, da ist das so ein Stein-Troll wieder. Ja, ich hab noch keine von den Laden. Mehr Fleisch für den Wald. Die Dunkelheit fliegt vor dem Licht. Das ist ja tot. Wir haben schon recht, haben schon recht. Alle tot. Boah. Was hier? Ich brauche nicht. Nee. Unglück des Flickes. Flickerns. Oh eh. Ich hab keine Ahnung. Ich nimm's. Ich hab keine Ahnung, ich nimm's. Das zeigt an, dass es besser ist. Also, jetzt genommen. Fertig. Ich hab keinen C4 mehr. Achso, du hast schon drangepappt. Oh. Verdammt. Sie haben das letzte Katapult auf dem gefallenen Turm aufgestellt. Sieh zu, dass du da rüberkommst. Das ist ein viel zu großer Strung. Können wir nicht das letzte Katapult endzerstören und uns rüberschleudern? Hey! Finger weg von den Figuren! Aber euch mit dem Katapult zu schleudern ist nicht cool. Also lass ich es ausnahmsweise durchgehen. Ausnahmsweise. Krümpfte! Ich schieß dich. Sorry. Die Konstruktion dieser Katapulte sind hunderte Cobaltstunden arbeit notwendig. Sieht denn keiner, wie viele Arbeitsplätze ich hier schaffe. Bist du da? Ja, bin ich. Ich hab Arbeitsplätze geschaffen. Soll ich jetzt den Knallezügen? Schlecht gekämpft, aber gut gestorben. Schlecht gekämpft, aber gut gestorben. Ah ja. Level up. Ich komm gar nicht in der her mit den Punkten setzen. Level up. Ui. Du. Wand wann ich mein, äh, mein Manikin nehmen kann. Was ich eigentlich dabei hat, zum Pilz. Ist denn du da noch? Da ist doch keiner mehr. Ja, da ist einer noch mal aus. Da gehen wir da hin. Na guck jetzt. War's das? Ja. Das war's anscheinend. Die war gut. Oh, hier ist wieder so ein komischer Würfel. Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Aha. Was ist das gehabt? Äh, gut. Über den Würfel. Ich hab nur gesagt, je mehr Würfel, desto besser die Beute. Klingt logisch. Ja. Aber wir haben erst einen Würfel hier. Und 15. Ach, guck mal da hinten. Hahaha. Der Spruch war geil. Warte. Äh. Was ist denn mit dem jetzt? Kehre niemals zurück. Äh, irgendwann sterben wir alle. Wieso nicht ein bisschen vordrängeln? Ich komme. Ich komme. Du bist jetzt hängig. Ich komme. Äh. Seien wir mit. Hier oben. Ach, da gibt's noch was. Ach, da gibt's noch was. Interessant. Ich habe immer diese Nahkampfwaffe. Ich habe immer diese Nahkampfwaffe. Nee, nix besser. Besser? Nicht schon wieder. Hier ist nochmal ein Würfel. hier gibt es 202 gegners was ja hat mein schild und macht jetzt hat er mich gut macht er hat knochimitis ich brenne hier ist auch eine waffenkiste das ist das denn jetzt weiß ich gar nicht welchen charakter ich habe ich das irgendwo sporenhüter habe ich eine leben da musst du schauen ob du den charakter ist wieder falsch was hast du nachkampf v ne was für eine waffe ach so warte 19 schaden machte plus angriffsgeschwindigkeit und so weiter ich kann wieder zaubern du kannst du davon was nehmen von den sachen wieso wolltest du die pistole hier eigentlich nicht ohne mich zu diese armbrüste die hier unten lag ach die andere ist die magie ach so wir haben die untoten belagerung aufgehalten ihre katapulte werden den mauern von prachthof keinen schaden mehr zufügen das haben sie jetzt davon am haupttor neu formieren sie sammeln sich für einen neuen angriff das ist toll wir alle haben spaß voll viel spaß danke der verdammte infrastrukturerlass wird endlich umgesetzt irgendwie ist da nie so viel los wie im normalen borderlands den knochenköpfen hast du es gezeigt es gibt vielleicht noch ein königlicher weg stein unmöglich sowas habe ich ja noch nie erlebt bist du ein schicksalsbringer da ist mein pilz bei dir du machst das echt gut zu schade dass ich dafür nichts im ärmel habe aber ich weiß nicht was er macht spaß beiseite man sollte keine trolle im ärmel haben es wird heiß du hast auch deinen komischen fluchdingster der macht automatisch so also meine hat automatisch schießt der link um sich aber noch mehr trolle das wird niemals langweilig ja mach doch mal irgendwas vielleicht teilt er dich aber er läuft ziemlich langsam doch der schießt auch der schießt bei dir so rote dinge ja das habe ich gerade gesehen schießt ok ja dann kann man ja doch mal steigen du willst ne nach meiner macht na kampf auch ey was ist denn hier hinter uns der gerechtigkeit wurde genüge getan gut gemacht sind komplett was ist denn da da belastung weil er tanzt du hast du hast es mich nicht mal was sehe ich nicht warte Mir wächst aber nichts aus der Haut, wenn ich dich traule, oder? Was macht er denn? Ich will auch bei ihm drücken. Ich nehme jetzt Bewerbung für die offene Stelle als mein Diener an. Einzureichen beim Grabmal des ewigen Leidens. Ich hoffe, du hast nicht vor, sie aus meinem Beutel zu bezahlen. Was ist wenn du bei meinem drückst? Tue ich gerade nicht. Moment. Deine Kappe sieht heute besonders gesund aus. Glaube ich. Ich kenne mich mit Pelzen nicht zu guter Sonst. Er hat nur was gesprochen. Äh, was ist denn hier? Ach so, hier kommen wir her. Aber, da lang. Hä? Was machst du da hinten? Weil hier sind Kisten. Aber nur Geld war da drin. Da hinten ist eine Waffenkiste. Da kamen wir doch her, oder? Nee. Nee. Auf jeden Fall müssen wir nicht da lang. Äh, scheiß Schild. Scheiß Kuhle. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nee. Alles nicht. Tü, 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 tü. Wo müssen wir überhaupt die merken? Das ging sowieso gerade ein. Ich weiß. Aber hier waren wir doch schon mal. Klar. Ja. Gegner sind da. Komm mal. Nicht so ruhmreich wie das Leben eines Lords. Müssen wir jetzt eh hier lang? Ich bin mein eigener Herr. Moment. Das stimmt ja gar nicht. Hey! Meine Bauern, Brüder und Schwestern! Mir ist gerade klar geworden, dass unser Leben scheiße ist! Nie damit genug, sage ich! Rebellion! Der macht mit! Wie ist denn der da so? Hey, was macht das jetzt? Ich denke, was explodiert. Oh, cool, hä. Oh. Du hättest aufgeben sollen, als du noch die Gelegenheit hattest. Ein Schurke in unserer Mitte! Nicht hauen hier! Ich schau gleich mal. Der Minischwammer, der bringt einfach da rein auch vor die Richtung. Oh. Ich weiß nicht. Ich muss immer auf die Karte schauen. Nö, da ist Suckers, da müssen wir eigentlich wieder zurück. Und als Werber zu holen. Da ist jetzt geht's! Wie will ich womit compass DJ? Is das halt los roz도 aurait blöcht sein? Oh! Oh! Oh, tickle! Oh! 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 Oh, oh! 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 Wer bei dir? Naja, ich hoffe, das wird noch was. Null Problemo. Oh, ein Troll. Oh, ein Dinger zum Töten. Ja, hier ist noch ein Troll. Oh, guck mal da hinten. Bereit zum Zaubern! Oh, das ist ja wieder... Wie, wie, Dings? Äh, der Ringe. Ja. Ah. Tut auch irgendwie nicht wie, ne? Nö, nicht so. Nee, nee, nee. Wollt jetzt noch mal hier noch schauen? Dann müssen wir hier wieder zurück, meines Wissens. Oh. Oh, Kopf ab. Bist du ein Böser? Oh. Katastrophe auf mein Geheim. Ich hab nichts anderes von dir erwartet. Mann, der hat ja nicht noch mich hinstellen. Was ist das denn? Nimm's. Hast du's auch? Nee. Achso. Warum soll's ich da nehmen? Das wird wahrscheinlich irgendein Blödsinn sein mit, äh... Ausziehen. Das kann sein, ja. Ich werde dein Gehirn fressen. Es ist da immer noch einer. Wo jetzt, äh... kostest nur Munition. Oh mein Gott, der Schwammerl kann aber schnell laufen. Bist du wahnsinnig. Guck mal, der flitzt. Der ist ja auch klein. Warum soll er denn nicht schnell laufen? Äh, der und beamen können sie auch noch. Echt? Ja. Mhm. 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 Die ist es rumgeschnaufe. Ach, das geht mir schon ein bisschen auf den Zeiter hier. Ja, ein bisschen schon. Äh, haben sie doch schon wieder die Gegner zurückgelegt. Ja, die haben die gelegt. Ja. Du hast heute mitgebracht. Das wird nicht rein. Könnte einfach weiterlaufen. Quatschen wir mit dem Kumpel hier. Ehrlich. Ich hab's nicht geglaubt, aber du kämpfst für eine Legende. Du bist ein Schicksalsbringer. Wie eine Legende, aha. Ihre Bodenoffensive ist gestoppt. Aber ein paar Untote sind in die Stadt gelangt. Oh, beeil dich lieber. Wenn du mich aufhalten und die Welt retten willst. Die Zerstörung von Prachthof wird mich nicht ewig beanspruchen. Das blöde Tor ist zu. Sekunde, ich bring' uns rein. Ach so, du bist da hinten schon. Löw, ich verkaufe. Hm. Ähm. Sag das Passwort. Das Passwort lautet, mach das scheiß Tor auf, sonst stopp' ich dir Blätter in den Rachen. Steck dir einen Henkel in den Arsch und mach dich zu meinem scheiß Teekessel. Aha. Das ist definitiv er, Leute. Mach das Tor auf. Komm schon, und mach dich bereit. Das wird vermutlich unschön. Mensch, Mensch, Mensch. Warum der so mies drauf ist. Mit seiner Rüstung, wie die aussieht. Oh. Ja, gut. Oh. Das ist aber schön bunt. Ach du, grüne Neune. Das ist ja was. Fällt auf jeden Fall auf. Hm? Hm. 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 Na gut. Das ist echt voll Depri. Ja, voll Depri. Los. Wir müssen die Stadt säubern. Wir stellen uns ihnen auf dem Zottelplatz. Ja, gleich. Ja, ja. Weiter so, meine Armee unnachgiebiger Dunkelheit. Wenn ich diese Stadt erobert habe, werde ich die ganze Welt zu fassen kriegen. Gut. Das alles und vieles mehr seht ihr in der nächsten Folge von Deine Dinos Wunderlin. Bis dahin. Wiederschauen. Eingehauen.